Wann wird Rente und Bürgergeld im Dezember 2023 gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenscheid24.de. Immer wieder ein ganz großes Thema. Wann wird die Rente im Dezember eines Jahres, des letzten Monats des Jahres 2023 gezahlt? Und wir starten einfach mal ganz knallhart hier rein. Und dann sehen wir den Kalender für den Monat Dezember 2023. Und dann sehen wir hier den 29.12.2023. Und der 29.12.2023, das wissen Sie, ist kein Feiertag. Was heißt das? Das heißt genau an diesem Tag, das ist der letzte Bankarbeitstag im Jahr 2023, 2023 wird die Rente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt. Und zwar für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die ja zum Teil auch doppelte Rentenansprüche haben. Was heißt vorschüssig? Vorschüssig heißt, meine Damen und Herren, dass die Rentnerinnen und Rentner am 29.12.2023 die Rente für den Januar 2024 gezahlt bekommen. Nachschüssig heißt, dass die Rentnerinnen und Rentner, das ist die Mehrzahl in Deutschland, am 29.12.2023 die Rente für den laufenden Monat Dezember gezahlt bekommen. Auch diejenigen, die ab dem 1.12.2023 erstmals einen gesetzlichen Rentenanspruch haben, bekommen am 29.12.2023 dann auch erstmals ihre Rente ausgezahlt. Ja, wie sieht es jetzt mit dem Bürgergeld aus? Da ist es genauso, das Bürgergeld ist grundsätzlich vorschüssig zu zahlen und zwar wird dann in der letzten Woche des Monats Dezember 2023, das ist also hier der 25. bis 29. an irgendeinen dieser Tage, ich denke mal 27. 28. spätestens 29. dann das Bürgergeld und zwar das erhöhte Bürgergeld mit den neuen Regelsätzen für den Januar 2024 auf die Konten der Bürgergeldempfänger in Deutschland überwiesen werden. Das ist generelle Rechtslage für den Bereich Bürgergeld, aber auch das Wohngeld für den Januar 2024 wird Ende Dezember 2023 gezahlt werden. So ist die Rechtslage. Ja, so sieht es aus für den Dezember 2023 mit den Rentenzahlungen und Bürgergeldzahlungen. Ich hoffe, das Rentengeld kommt bei Ihnen. Da brennt natürlich sozusagen immer mein Herz für Sie pünktlich an und dass Sie dann auch Ihre Rechnungen mieten und sonstige Dinge auch ordnungsgemäß überweisen können. Näheres zum Thema Rentenzahlungen im Dezember 2023 finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.